Also das wird der erste und vielleicht auch letzte Stereo-Bläh-Super-Test. Ein englischer Hersteller, die Firma Kort, sagte eins zu mir, als ich in England war, das Gerät ist so stabil gebaut, da kannst du mit einem Panzer drüber fahren. Und da habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal, genau das werde ich jetzt gleich tun. Das Gerät ist so stabil, das Gerät ist so stabil, das Gerät ist so stabil. Das Gerät ist so stabil, das Gerät ist so stabil. Das Gerät ist so stabil.